Hallo, ich weiß, man sieht mich jetzt kaum. Es ist nämlich schon Nacht, obwohl es hier erst um 8, glaube ich, halb 8 sogar erst ist. Ich bin hier gerade mit Aldochen, sind wir gerade bei den Gardens by the Bay, heißt es jetzt, glaube ich. Und ich zeige euch jetzt mal, wie wunderschön hier das aussieht, weil auf der Kamera, man kann gar nicht alles einfangen. Diese UFO-Pilze, wie ich sie gerne nenne. Oder dort, dieses Hotel, dieser Skypark da oben, wo ich auch schon drauf war, wo ich das erste Video gemacht habe. Und diese coolen Pilze hier. Und der, wie heißt das Riesenrad? Flyer. Singapour Flyer. Singapour Flyer ist der Riesenrad, das Riesenrad, Entschuldigung. Und ja, es ist total toll hier und es ist total warm. Man kann gar nicht alles einfangen. Und es ist hier alles irgendwie künstlich und alles natürlich und alles irgendwie einfach nur toll und schön und Ende.